auch scheiße out boah du Drecksack ey so erstmal Kugeln nehmen wir sind out auf Kugeln gerade gewesen ja mit Appen auch noch durchlaufen können aber gut egal so jetzt klatschen wir einfach jeden weg der hier kommt jetzt haben wir den Big Titten da gekillt das passt schon glaubt war es das jetzt endlich? Ratten Ratten sind in Ordnung haben wir da was? eine Tonne ja ich will keine Fakkel anzünden am helligen Tag so Bergen ist gut sehr viel Bergen ist gut das ist super den Toten aber gar nicht mal durchsucht Leute ich sollte schon mal kurz machen komm spring runter passt ein halbes also eins von zwei Teilen gefunden für den Bogen hat sich wieder gelohnt jetzt kann man nicht wieder den Bogen verbessern gut dass ich nochmal hingeschaut habe aber stellt euch mal vor ich hätte diese Teile jetzt nicht gefunden wer weiß vielleicht wird es uns noch nützlich dann müssen wir mal mal gucken so und da ist noch eine Funktur das ist ja gar kein Problem für dich und schnell geht's auch noch äh achso ja 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 hä ja willst du mal nicht runter hätte ja genau lehrer soll es noch jetzt so runterspringen nein verdammt wieso kannst du nicht so ähm eh vielleicht eher hoch runter links wenn ich nämlich links drücke oder rechts war das dann macht sie nämlich immer das da hier springt sie nicht ab was ist denn los mit der hm so dann müssen wir dann rauf ok ne ich check's nicht nein nein Lera runter sollst du aber ob mal wie es hier zu bild wird he das gibt's doch nicht lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal so äh wo haben wir denn Case bin ich jetzt blind nein G Modus äh Gamepad brauchen wir ja nicht aber wo ist denn hier mit der Tastatur hm ok jala sei mal so lieb und geh jetzt da runter na komm runter wenn ich rechts drücke macht sie das hier und dann habe ich da wenn ich sonst aber was drücke tut sie halt überhaupt nichts nee auch nicht ich habe kein paar leute mhm 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 äh hier umschalten keine ahnung wieso ich da nicht drauf gekommen bin egal ok jetzt geh rauf das wird zusammenbrechen ich sehe es jetzt schon kommen ich denke mal jetzt kann sich jeder denken dass das zusammenbricht die grafik ist trotzdem schön grad was hoch nein keine Sorge ist nicht hoch Clara kannst weiter klettern sieht schon sehr geil aus hm 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 wir sehen die Insel ist auch deutlich äh ist auch gar nicht mal so klein ne weil man das überall hin könnte wär's wär's hammer noch noch wieder ein sehr geiler soundbrick natürlich müssen wir aber auch ganz nach oben und wenn wir mal ehrlich sind wenn ihr da raufkletter müsstet das so fern ist aber da tut mir ganz chillig aus aber jetzt wo man da oben ist weiß ich ja nicht vor allem jetzt hier schützt mir hin schon alles verrostet oh verrostet und kaputt dafür darf es jetzt eine schöne aussicht genießen ne wie ja also du wirst wirst du wirst wirst du du wirst 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 Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Ist das Minuto? Okay. Wir brauchen das so klar wie möglich. Ach so, ja, ich darf halt keine Störfunkstellen drin sein, verstehe ich. Hm. Dann würde ich das hier nehmen. Geht das? Ah, okay. Ach so. Boah, geht das einigen auf die Nerven. Okay. Moment. Moment. Oh, Moment. Ich muss mal ganz kurz mein Headset leider machen. Ich will jetzt auch machen, aber... ... dann nicht klappt, wenn ich mich nicht wieder bei mir. Oh, so, ein angenehmer. Wir haben mir einen Basketplatz. Ich kann mir was jetzt wiederhören. Ich hab's wieso die ganze Zeit viel zu laut gespielt. Ich hab mich gleich fast wahnsinnig gemacht. Das kann ich jetzt nicht. Oh. Das ist ein kleiner Reaktionssystem. Oh. Senden. wird doch. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Komm schon. Mayday, Mayday. Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach ihnen. Hatten kaum noch Ordnung. Wir auch nicht. Wir können sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf sie. Aus. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Ray jetzt gerade tatwächtlich gelächelt? Ein Signal. Ja, ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Das wäre ja schon mal was, ne? Benzin, Feuer. Großes, großes Feuer. Okay, wir sollen hier wahrscheinlich runter. Okay, hui. Schau mal, da haben wir ja schon den Siegen. So, was, wenn das unsere schöne Anzeige... Wir müssen da runter. Ah, ist klar. Gehe ich noch irgendwo? Nein, Gegner sind gerade nicht da. Treibstoff-Tanz. Was soll man denn da schon liegen? Munition. Oh, schau mal, wie wir da haben. Wie verlockend. Boah. Hallo. Naja. Hm, geht gar nicht kaputt, was ne, Benek? Okay. So. Was macht sie jetzt? Ah, eine Fackel. So sollte es gehen. Was? E gedrückt halten, um eine Fackel zu entzünden? Ah, okay. Jetzt hier E. Aufstemmen und dann anzünden und dann weglaufen? Mach da scheiße. Und weg. Genau. Ganz langsam, aber ganz langsam. Es eilt nicht, ist auch nichts mit dir, nur muss ich laufen. So, und ich schütze es ab. Das ist doch schon voll offensichtlich. Nein. Oh, oh. Das biegt auf uns zu. Meine Haare stellen sich gerade auf. Lärme, ähm, ich will weglaufen. Ja, gute Idee, ne? Lauf, 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 lauf. Oh. Ah, okay, ich kann leiten und, äh, ah. Ah, nein, hau ab. Au. Ah. Au. Okay. Okay. Äh, mittendurch, sorry, tut mir leid. Au, au, sorry, ah. Wow. Puh. Oh. Scheiße. Sprüchen. Hm. Wäre ja zu einfach gewesen, ne? Fluch zu kommen, dann wegfliegen. Verdammt. Ja, die Akris müssen wir uns doch anschauen. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Ja, natürlich müssen wir zu ihm. Weil der noch erwischt wird. Ja, genau. Ach, du Scheiße. Und, Prinz of Persia sei. Oh. Oh. Spring einfach. Du schaffst es. Und jump. Sehr schön. Oh. Oh. Noooos. Verdammt. Nochmal. Oh nein. Oh. Uh. Oh. Ich muss ja bleiben. Und. Jump. Oh. Okay. Sehr schön. Sehr gut. Und. Runter. Und drüber. Drüber. Wow. Wow. Autsch. Ich muss nur den Piloten bringen, bevor der von diesen komischen anderen Leuten erwischt wird. Das wäre nämlich nicht so tolle. Ja. Nein. Lara, bist du da? Zu spät. Shit. Also der Pilot ist tot. Den haben sie nicht so tolle. Ist schon was dabei? Nee. Ihr hau ab. Ciao. Ich rede nicht da. Wir würden nicht wiedergampfen. Kommt sonst nach. Nee. Gut. Ja gut. Vielleicht hätte ich jetzt was dabei gehabt und Zeug, aber. Lara. Was vom Teufel ist passiert? Ja. Er kann aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Ich bin unterwegs. Schade. Ich finde es echt scheiße, dass der Pilot jetzt gestorben ist, Leute. Ich hätte natürlich nicht retten können, aber. Toll. Hier drüben. Ich habe sie von der Seite. Ich habe sie verstanden. Ich habe sie mitgegangen. Ich habe sie mit dem Motikum, aber ich habe sie verstanden. Ich habe sie mit dem Motikum. Vielen Dank.